was geht er was geht er freunde herzlich willkommen zu einem neuen youtube video ich zeige euch heute wie so ein tag bei mir aussieht ich bin gerade aufgestanden wasche auf toilette jetzt wiegen wir uns zusammen dann gibt es ein glas wasser dann kalte dusche passt so warum gehe ich kalt duschen nicht weil es mir spaß macht sondern weil es immer wieder überwindung ist zu machen und das teil dabei helfen kann mental stärke aufzubauen bzw die mental stärke ausbauen und hat einfach dinge zu machen auf die man keinen bock hat deswegen gehe ich eigentlich fast jeden morgen jetzt mittlerweile kalt duschen hätte ich auch niemals gedacht aber ich mache es immer wieder was im grunde ist es auch so kalte scharfe aber es ist immer wieder eine verrätung immer so zwischen anderthalb und zwei minuten ich habe es jetzt geschafft geschafft es war das kalt Mittlerweile muss man ja auch anfangen seine Haut zu pflegen, ja, wenn man ab einem gewissen Alter die schöne Haut behalten will, deswegen Skincare ist irgendwann schon mal wichtig. Dann jetzt noch eine Tagespflege mit einem ganz ganz leichten Lichtschutzfaktor, soll ja auch wichtig sein, weil vor allem die Sonne halt auch dafür verantwortlich ist, dass die Haut ein bisschen falsch wird, dann wird das auch noch aufgetragen, perfekt. So nice. Ich habe jetzt die ganze Zeit am Laptop gesessen, weil ich für meine eigene Marke, die Jim Carga heißt, könnt ihr auch gerne bei Instagram mal reinfolgen, einen Shop eröffnen möchte und da jetzt mich so ein bisschen reingefuchst habe. Eigentlich hatte ich schon einen Shop, aber ich war jetzt mit der Domain nicht so ganz zufrieden, weil man da so beschränkte Möglichkeiten hatte und das war jetzt kein deutscher Anbieter und dementsprechend gab es so ein bisschen Probleme mit, was jetzt zum Beispiel den Versand anging und bin jetzt deswegen zu Shopify gewechselt und musste jetzt alles umstellen und hoffe, dass ich das dann bald online bringen kann, damit da jeder schön drüber bestellen kann. Also schon mal schön bei Jim Cargoware reinfolgen bei Insta und dann seht ihr da auch, wann es soweit ist. Jetzt gibt es Essen, weil ich gleich trainieren gehen will. Dazu nehmen wir uns einmal eine Schüssel, Rice Pudding, Salz und geben die dreifache Menge Wasser drauf. Dann brauchen wir eine Braude-In-Quelle. Ich nehme jetzt das Total-Protein-Banane-Milk-Shake. Und bei morgen könnt ihr immer mit meinem Code-Party immer maximal sparen. Dazu für die Süße und um Zucker zu sparen noch ein bisschen Chunky-Flavor. Und dann kommen noch ein paar Zucker-Frei-Schoko-Drops drauf. Die Saps werden natürlich auch genommen. Einmal Kreatin. Skin Structure für eine schöne Haut. Einmal verrühren. Acht Essentials für Vitamin E3, Omega 3 und K2. Mineral Complete für Iod und Selen. Also für Schilddrüsen-Fusion. Und drei Kurkuma für die Entzündungshemmung. Sowohl Haut als auch Darm. Die treffe ich alle. Erster gefällt, aber jetzt nicht mehr. 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 11 8 8 8 Ahö. 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 Malz. Ah. Ahö. Es sind jetzt circa eine Stunde her. Ich mach mich jetzt langsam fertig fürs Gym und dann werden die Beine trainiert. voll. Ahö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020